Hallo, ich heiße Gabel und komme aus Brasilien. Ich heiße Xenia, ich komme aus Russland. Ich bin selbst Tänzer und liebe Sprachen. Ich bin Stilistin und ich mag Fotografie. Das Projekt Münchner Artikel stellt Münchner Künstler vor. Münchner Künstler, die woanders geboren wurden. Das Projekt Münchner Künstler, die woanders geboren wurden. Ich bin selbst Tänzer, die woanders geboren wurden. Ich bin schon seitdem. Ich bin schon seitdem. Ich bin schon seitdem. Das Projekt Münchner Künstler hat. Ich bin schon seitdem. Hallo liebe Zuschauer, wir sind sehr froh, heute Christi Koth als unsere Gäste zu begrüßen. Frau Koff ist Geschäftsführerin des Verlags BeLibri, promovierte Literaturwissenschaftlerin und Sprachpädagogen. Dank diesem Verlag sind viele lustige und herzensgute Geschichten als zweisprachige Bücher ins Leben gekommen. Können Sie sich bitte vorstellen, wo wurde sie geboren und was verbindet sie mit Deutschland und München? Ich bin Christi Koth, ich bin Verlegerin bei Edition BeLibri und ich bin in Amerika geboren und aufgewachsen, habe auch dort studiert. Ich kam nach Deutschland mit 28 Jahren, glaube ich, und war durch meinen Mann nach Deutschland geschleppt worden. Ich habe ihn an der Uni in Amerika kennengelernt und eigentlich hatten wir vor, nur drei Jahre, vier Jahre in Deutschland zu bleiben und dann vielleicht irgendeine andere Ecke der Welt entdecken. Das war der Plan. Sind aber stecken geblieben, weil München so eine schöne Stadt ist, das Leben in Deutschland sehr bequem. Und haben hier dann zwei Kinder erzogen. Die sind beide zweisprachig, weil der Papa ist Deutsche. Und ich bin aber selber leider nicht zweisprachig aufgewachsen. Diese Gelegenheit hatte ich nicht. Es ist ein großer Vorteil für jedes Kind natürlich, mehr als eine Sprache zu Hause schon zu bekommen. Meine Kinder sind beide Erwachsenen zwischen 25 und 22 und studieren beide. Meine Tochter studiert klassischer Gesang in Leipzig und in der Wattler. Und mein Sohn macht ein Master in nachhaltiges Bauen hier an der TU in München. Und die sind beide zweisprachig aufgewachsen und haben sicherlich einen größeren Wortschatz auf Deutsch, also auf Englisch, weil sie auf Deutsch zur Schule gegangen sind und Englisch nur von der Mama. Und jetzt durch Lesen und Fernsehen und so weiter haben, aber trotzdem ist der Wortschatz wahrscheinlich ein bisschen größer auf Deutsch. Aber die sind sonst sehr zweisprachig. Und ja, also ich habe für meine Kinder immer Bücher übersetzt, damit wir beide sie vorlesen könnten. Und jetzt habe ich einen Verlag, der den Eltern von dieser Arbeit entlastet, dass sie nicht alles übersetzen müssen, um Kinder vorzulesen abends. Frau Kott, wie und wer hatte die Idee und wie wurde der Verlag gegründet? Also der Verlag ist in 2004 durch eine Freundin Kersten Schlieker gegründet worden und in 2005 ist das erste Buch erschienen. Ihre Idee war, sie hatte ganz, ganz viele Freunde und Familienmitglieder in ihrem Umkreis, die zweisprachige Kinder hatten. Und sie hat wirklich entdeckt, dass es eine Lücke gab in dem Markt. Es gab praktisch keine zweisprachigen Bücher auf dem Markt, nur einzelne Projekte von verschiedenen großen Verlagen. Aber die Bücher waren kaum zu finden und sehr unbekannt. Und sie sagte, ja, das ist eine Gelegenheit. Hat den Verlag gegründet. Ich war von vornherein sehr mit eingebunden, da ich auch Literaturwissenschaftlerin bin. So wie sie, hat sie mich immer bei der Auswahl von Titeln einbezogen. Ich habe von vornherein die ganze englische Arbeit gemacht, also Übersetzungen, auch den Texten gesprochen, auch CDs und so weiter. Das habe ich übernommen. Und Ende 2006 hat sie entschieden, dass sie da die Arbeit nicht mehr alleine machen wollte und hat mich gefragt, ob ich dann als Partnerin einsteigen wollte. Denn so hat das Ganze begonnen. Und war Beliebe damals der erste Verlag in Deutschland, der zweisprachige Bücher herausgegeben hat? Es war auf jeden Fall der erste Verlag, der sich darauf spezialisiert hat, der nichts anderes gemacht hat als zweisprachige Kinderbücher. Es gab vereinzelnd zweisprachige Kinderbücher auf dem Markt. Der Nord-Süd-Verlag in der Schweiz hatte ein paar. Diese Bücher waren aber wirklich kaum zu finden, weil da sehr, sehr wenige Marketing dahinter steckte. Das waren eher so Lieblingsprojekte, denke ich. Und deswegen war das etwas, was erst mal sehr interessant war als Marktlücke, also ein Bereich, was man füllen könnte. Auf der anderen Seite hatten wir das Problem, dass die allermeisten Kunden solche Bücher gar nicht kannten. Wir mussten sehr viel erklären am Anfang, warum überhaupt man zweisprachige Bücher kaufen sollte und wie man die einsetzt. Und wie ist es heute? Vielleicht hat sich die Gesellschaft irgendwie verändert oder gibt es mehr Interesse an solchen Büchern? Ich bin seit 26 Jahren in Deutschland und ich finde, es ist ein enormer Unterschied zu damals und zu dem Zeitpunkt, wo der Verlag gegründet wurde. Es ist nicht mehr so, dass wir diese Bücher erklären müssen. Die sind selbstverständlich für die allermeisten Leute. Die Anzahl an Kindern mit Migrationshintergrund hat sich fast verdoppelt, denke ich. Also früher haben wir von dem Statistischen Bundesamt Zahlen bekommen, dass jedes fünfte Kind, also Kleinkind, ein Migrationshintergrund hatte. Wenn ich mich nicht täusche, ist es inzwischen jedes dritte. Also da sind deutlich mehr Kinder, die potenziell zweisprachig oder mehrsprachig sind, die in Deutschland leben. Und da ist auch deutlich mehr Verständnis dafür, dass die Mehrsprachigkeit unterstützt werden muss. Also diese Kinder, wenn sie nicht in ihrer Muttersprache unterstützt werden, die Muttersprache ist die Basis für jede andere Sprache, die sie später lernen werden. Wenn diese Unterstützung fehlt, dann kann es dazu kommen, dass sie in keiner Sprache wirklich sehr stark sind. Und dass ihnen wirklich eine, ein gutes Basis für Sprachen allgemein fehlt. Und deswegen ist das inzwischen, glaube ich, sehr bekannt. Sehr, es wird häufig besprochen und auch in den, an den Unis sehr viel, diese Thema wird sehr viel studiert. Und Mehrsprachigkeit, wie lernen Kinder Sprachen, wie lernen die mehrere Sprachen, was passiert in dem Gehirn, wenn die Kinder mehrsprachig sind. Das sind Sachen, die man heutzutage deutlich öfters findet. Und das freut mich enorm. Oh, das klingt so toll. Und wie wurden diese zehn oder elf Sprachen ausgewählt, in die übersetzt wird? Am Anfang des Verlags haben wir nur fünf Sprachen zusätzlich zum Deutschen gehabt. Und das waren fünf Sprachen, die Frau Schnicker damals gefunden hat als stärkste Sprachen in Deutschland. Sorry, in Bayern, weil wir in Bayern sitzen. Und wir hatten irgendwann gemerkt, okay, das geht gut an. Wir können uns erweitern. Da haben wir Russisch und Spanisch dazugenommen. Ende 2015, das war, als so viele syrische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, würde ich bei der Frankfurter Buchmesse absolut überrannt von Anfragen nach arabischen Büchern. Und da war ganz klar, okay, diese Bedürfnis ist da. Und wir haben dann sehr schnell arabisch ins Programm genommen und recht viele Bücher dann schnell übersetzen lassen, damit wir diese Markt auch bedienen könnten. Inzwischen haben wir auch drei weiteren Sprachen. Persisch, Kurmanchi und Tigrinja. Und das waren Sprachen wiederum durch einfach Recherchen, dass da sehr viel Bedarf ist und auch wenig Angebot. Sprich, zum Teil schaut man was. Inzwischen gibt es mehrere Verlage, die zweisprachige Bücher anbieten. Und manche bedienen andere Sprachen relativ gut. Welche Sprache wird gar nicht bedient, wobei es relativ gute Anzahl an Menschen in Deutschland, die diese Sprache sprechen. Und da diese Balance muss man ein bisschen versuchen herauszukitzeln. Manchmal liegt man ein bisschen daneben. Also Tigrinja ist eine Sprache zum Beispiel, die wir nicht weiterhin führen, weil das hat sich nicht rentiert. Aber es wäre gut möglich, noch weitere Sprachen einzubinden. Also am liebsten würde ich hunderte Sprachen anbieten und wir arbeiten dran. Aber es ist auch so, dass wir ein sehr kleiner Verlag sind und mir ist auch wichtig, dass die Qualität stimmt. Und ich möchte nicht so viel aufnehmen, dass wir nicht mehr gute Qualität anbieten können und muss dann schauen, dass wir die Sprachen peu à peu einführen, dass wir das schaffen, dass wir es gut schaffen, bevor wir zur nächsten Sprache kommen. Wo und wie haben Sie die Leute gefunden, die die Bücher übersetzen und vorlesen? Am Anfang waren das Leute aus dem Umkreis, also Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis. So sind wir an die meisten Leute in dem Team gekommen, bei diesen ersten früheren Sprachen. Inzwischen ist es oft über auch Internetrecherchen. Wir bekommen auch Mails von interessanten Menschen, die sagen, ich bin Übersetzer für diese Sprache, falls sie diese Sprache auch noch aufnehmen wollen, ich wäre bereit, da zu übersetzen. Das ist natürlich schön. Da haben wir dann praktisch eine Datenbank an Menschen, die möglicherweise so etwas machen können. Übersetzer sind ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen leichter zu finden, weil da wahnsinnig viele davon sind. Was noch schwieriger sind, sind Sprecher, Entsprecherinnen zu finden. Das ist etwas, was vielleicht nicht ganz so häufig zu finden ist in den Sprachen, die wir brauchen, weil wir brauchen absolut Muttersprachläufe dafür. Was haben Sie besonders gern bei Ihrer Arbeit? Am meisten Liebe an meinem Job ist die Arbeit mit den verschiedenen Sprachen. Ich finde es wahnsinnig interessant, was für Themen aufkommen bei zum Beispiel Übersetzungsprozess, wo es vielleicht hacken kann, dass es in der einen Sprache sehr gut, ein Satz sehr gut zu übersetzen ist, mit allen Fölle, die in diesem deutschen Satz drinsteckt. In einer anderen Sprache ist es schwierig, genau das rüberzubringen. Und das kommt manchmal an überraschende Stellen. Wir hatten in einem Buch, das allererste Buch als Autor in Antoine, hatten wir auch eine Stelle, wo von einem so Kanalwasser gesprochen wird, so Abflusskanalwasser und wie schrecklich das war. Und das hat gestunken und es war schrecklich und es schwimmte noch Zahnpastreste und Knoblauch drin. Und unsere griechische Übersetzerin sagte, aber man kann doch nicht schlecht über Knoblauch sprechen, das geht gar nicht. Also das fand ich einfach herrlich. Also in dem Fall nicht ein Übersetzungsproblem von dem Sprachlichen her, sondern auch von dem Kulturellen her. Und das sind Sachen, die wirklich einem die Augen öffnen. Wie sehen andere Menschen in anderen Ländern bestimmte Situationen oder auch Gegenstände? Wie wird das aufgenommen? Wie wird das, das finde ich wirklich herrlich an dieser Arbeit. Aber das ist eine großartige Arbeit und ich vermute, es gab viele interessante Geschichten im Laufe des Lebens, die mit diesen Leuten und den Buchern verbunden sind. Also ein Buch, was sehr, sehr viele Leute kennen schon, weil das ist unsere bestverkaufte Hardcover-Bücher, ist das Allerwichtigste. Es ist eine ganz tolle Geschichte, in dem es darum geht, dass jeder seine eigene Stärke hat und alle Stärken von den verschiedenen Leuten sind wichtig für die Welt. Ganz tolle Geschichte. Wir haben diese Geschichte von einem italienischen Verlag bekommen, aber auf eine sehr interessante Weise. Wir hatten ein E-Mail bekommen von einem Herr, der dieses Buch in Italien gesehen hat, ein Deutscher, der dieses Buch in Italien gesehen hat und hat gesagt, das Buch musste es eigentlich in Deutschland auch geben. Und wir fanden das auch toll und haben gesagt, ja, da hat er recht und bei uns wäre das wirklich super. Und wir haben den Verlag angeschrieben und überhaupt keine Reaktion bekommen. Und dann haben wir nochmal geschrieben und gar keine Reaktion bekommen. Und irgendwann hat der Herr uns nochmal kontaktiert und gesagt, was ist, wird es das Buch jetzt in Deutschland geben? Und wir sagen, ja, wir kommen da echt nicht weiter. Der Verlag reagiert gar nicht mal auf unseren Anfragen. Und da hat er dann die Autoren, Illustratoren, die Antonella Abattiello im Internet gesucht und auch gefunden und ihr geschrieben direkt und gesagt, hey, da ist ein Verlag in Deutschland, der gern dieses Buch hätte und die kommen aber nicht weiter. Und so hatten wir dann direkt Kontakt von dem Verlag bekommen, ein E-Mail bekommen, dass es doch vielleicht möglich wäre, was zu machen. Und wir freuen uns riesig, weil das Buch ist, wie gesagt, ist wirklich unser absoluter Bestseller von allen Zeiten. Aha, also die Initiativ der Leser ist auch gefragt. Ja, absolut. Das ist absolut richtig. Also manchmal ist es wirklich so, dass es uns wirklich hilft, wenn jemand im Hintergrund ein bisschen aktiv ist. Und auch bei, wir haben Kunden, die dann mal zu einer Bibliothek gegangen sind und haben gesagt, es wäre schön, wenn dieses Buch in der Bibliothek zu finden wäre. So kann es auch schön für uns funktionieren. Oh, und wie geht es in die Zusammenarbeit mit Bibliotheken und vielleicht mit Kindergärten? Die Arbeit ist extrem wichtig mit Bibliothekarinnen und Kindergärtnerinnen. Die sind für uns extrem große Abnehmer unserer Bücher. Die Tatsache ist, dass wir in diesem Nischmarkt arbeiten. Unsere Bücher sind nur interessant für Familien, deren Kinder zweisprachig sind. Und aus dieser Gruppe nur die, die unsere Sprachen sprechen, die wir anbieten. Sprich, unser potenzieller Markt ist relativ klein im Vergleich zum normalen Kinderbuchmarkt. Und deshalb sind wir auch wirklich darauf angewiesen, dass auch Bibliothekare und auch Kindergärtner unsere Bücher finden und für ihre Einrichtungen kaufen. Ja, ich glaube, ich habe die Statistik gesehen, dass jedes dritte Kind zu Hause eine Sprache nicht Deutsch ist, spricht. Das bedeutet, dass ihr Markt nicht so klein ist. Ja, es ist nicht mehr so klein, wie es war. Das ist absolut richtig. Trotzdem, aus diesem Drittel der Familien sind dann auch noch viele Sprachen, die wir nicht anbieten. Ich denke, dass es daran liegt, dass viele mehrsprachige Familien nicht besonders viel von ihrem Verlag wissen. Und das wollen wir gerade mit unserem Film ändern. Ja, das kann auch sein, dass wir wirklich noch nicht alle erreicht haben. Und wir merken das auch, dass wir erst mal einen Weg in einer Sprachgruppe finden, in einer Sprachbevölkerung finden. Natürlich haben die Menschen innerhalb dieser Sprachgruppe deutlich mehr Einfluss als wir selber und können diese Informationen weitergeben. Dann erzählen wir ein bisschen von dem Morgen-LV, einem Netzwerk der Migrantenvereine in München. Es geht zurzeit um rund 90 Vereine und mehrere Sprachen. Bei diesem Netzwerk würden wir gerne den Verlag bekannt machen, um den Leserkreis weiterzuentwickeln. Und welche Auswirkungen hat die Pandemie auf den Verlag? Schwieriger war es zum Beispiel die Aufnahmen im Tonstudio. Wir waren mitten in der Produktion, als die Zahlen sehr schlimm geworden sind und mussten abbrechen und einiges verschieben in den Sommer, wo es ein bisschen besser geworden war. Und wir sind jetzt auch, eigentlich bin ich bereit, wieder in ein Studio zu gehen. Wir warten wieder, bis es ein bisschen, da kann man natürlich sehr viel vorkehren in dem Tonstudio aufnehmen. Aber es ist ein bisschen, man will schauen, dass es am sichersten ist, wie möglich für alle Beteiligten. Und dann gab es das andere Problem, das war das Marketing. Also die Messen sind ausgefallen. Wir haben versucht, eine Möglichkeit, die Bücher trotzdem dafür zu werben. Und dann würden wir bombardiert von Anfragen von Kindergärtnerinnen und Bibliothekarinnen, die uns gefragt haben, wie machen wir das? Wir machen normalerweise hier Lesungen und können wir das dann einfach online machen? Wir machen ein Video und wir stellen es im Internet. Es ist super problematisch, weil wir als Verlag die Rechte der Urheber auch schützen müssen. Und wenn wir die komplette Content eines Buchs im Internet stellen, bekanntlich, was im Internet kommt, es bleibt immer im Internet, auch wenn man es runter nimmt, weiß man nicht ganz sicher, ob es immer noch nicht vielleicht irgendwo unterwegs ist. Wir haben dann mit den Urhebern gesprochen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir selber einfach Lesungen anbieten. Wir haben unsere Sprecher gebeten, Bücher aufzunehmen in der eigenen Sprache, das als Lesung, eine Videolesung uns schicken. Und das haben wir auf unserem YouTube-Kanal dann erstellt. Als Herr Früh an diesem Morgen das Radio einschaltete, liefen gerade die Nachrichten. Heute Morgen um sechs Uhr stolperte am Südpol ein Pinguin über einen Schneehaufen, sagte der Sprecher. Er fiel der Länge nach hin, blieb aber unverletzt. Diese Nachricht fand Herr Früh so langweilig, dass er laut und lange gähnen musste. Sein Hund verstand zwar nicht genau, was dort im Radio gesagt wurde, aber wenn sein Herrchen gähnte, konnte er nicht anders als dasselbe zu tun. Er fiel der Länge nach hin, blieb, 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 blieb. Er fiel der Länge nach, blieb, 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 blieb. Und also old Mrs. Late, who lived below the Timelys in the ground floor apartment, she yawned as she headed out to buy two sesame rolls and a chocolate croissant for breakfast. Mrs. Late's yawn was not so loud, but it lasted a very, very long time. By the time she finished yawning, she had already arrived at the bakery around the corner. Along the way, she passed the Sleepyhead Twins, who were on their way to school, the Chimney Suite, the Rainbow Maker, a group of men in suits, the Good Morning Running group, a Unicorn that left everyone wondering where he'd come from, a firefighter who, under other circumstances, would have paid much more attention to the unicorn, and a swarm of pigeons who were so startled by all of the yawning people that they took flight and scattered in every direction. Güvercinler çok uzun, çok hızlı ve çok yüksekten uçabilirler. Bunun sonuçlarını hepiniz tahmin edersiniz. Bütün dünya esniyordu. İngilizce hocası ve tam o sırada Good Morning demeye hazırlanan bütün 2C sınıfı. Şehrin en yüksek binalarındaki cam temizleyicileri. Ve tabii ki o sırada camları temizlenen ofislerde çalışan insanlar. 31. Piler, 2999. 31. 32. Saturday. 13. 44. �. »Ich...«, er sagte er, und er hat sich so, dass er etwas nicht verletzt hat, und er hat sich fast in den Hügel verletzt, aber nur so fast. Herr Spazarancov... Seu Madruga nicht wusste nichts, was zu tun hat. Er ging zur Küche, satte sich, hat ein Kaffee geöffnet, und hat den Rádio geöffnet. Und sagte... Guten Tag! Auf Ihrem YouTube-Kanal sind viele Videos erschienen, der Kanal wächst und es sieht sehr hoffnungsvoll aus. Werden Sie irgendwann die Videos vom Kanal entfernen? Die Idee war es, dass wir das für diese Zeit, für diese Corona-Zeit anbieten. Wir werden dann schauen, ich musste dann nochmal mit den Urhebern sprechen, ob das in Ordnung ist. Es kann sein, dass manche herunterkommen und manche bleiben. Je nachdem. Ja, klar. Zum Schluss. Welche Message haben Sie für die Leser und Zuschauer in diesen unsicheren Zeiten? Also für den Verlag, ich würde gerne wachsen in der Hinsicht, was wir schon besprochen haben, dass wir mehr Sprachen anbieten könnten. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Verlag und wie das läuft. Für mich persönlich, ich würde gerne all diese Sprachen lernen, die wir anbieten. Ich bin ein absoluter Sprachen-Fan und habe Sprachen auch studiert und würde am liebsten zwölf, dreizehn, zwanzig vielleicht Sprachen sprechen können. Das ist etwas für die Rentenzeit. Wenn ich Rentnerin bin, dann würde ich ganz viele Sprachen noch lernen. Ja, irgendwie fehlt mir die Zeit, aber das wäre für die Gesellschaft. Ich hoffe, dass wir weiterhin in die Richtung bewegen, wie bisher. Ich glaube, die Fortschritte sind langsam, aber gehen meistens in die richtige Richtung, dass wir Verständnis füreinander haben, dass wir uns unterstützen gegenseitig. Habt ihr das gehört? Soll ich das nochmal sagen? Dass wir weiterhin in die Richtung bewegen, dass wir Verständnis füreinander haben, dass wir füreinander da sind, dass wir akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind, aber am Ende sind wir als Menschen alle gleich. Wir sind gleich wert, wir sind gleich wichtig, wir haben unterschiedliche Stärken, wir haben unterschiedliche Schwächen und das ist auch gut so. So ist die Welt sehr bunt und interessant und das wünsche ich für unsere Gesellschaft. Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Das war sehr angenehm, Sie kennenzulernen. Und bis nächstes Mal. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.